Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen nach einem interessanten Wochenende. Ich will mich aber erst nochmal mit der Sondierung beschäftigen. Wir haben ja heftige Auseinandersetzungen in der SPD, die offensichtlich nicht so richtig glaubt, dass ihre Führung ein sehr gutes Ergebnis ausgehandelt hat und jetzt Teile der Führung den Versuch machen, das nachträglich wieder zu korrigieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Versuch wirklich klappen wird. Also wenn man einstimmig einem Sondierungsergebnis zustimmt, wird man es hinterher sehr schwer haben, das wieder wegzukriegen. Ich glaube, das dient alles dazu, eine Mehrheit auf dem Parteitag zu verschaffen. Viele, die das kritisieren, kritisieren es natürlich völlig zurecht. Also das Ergebnis ist für die SPD kein Grund zum Jubeln. Ich möchte es nochmal an drei Beispielen festmachen. Erstens, gar nichts zum Arbeitsmarkt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Die SPD hatte ja eigentlich dort die präzisesten Vorstellungen. Weder was zum Zurückdrängen der Leiharbeit, ganz schlimm, keine Regelung zur Aufhebung der sachgrundlosen Befristung. Also nach wie vor werden die Leute in einer zweijährigen Probezeit und Unsicherheit unterzogen. Gar nichts quasi gegen unfreiwillige Teilzeitarbeit, wo die Menschen nicht davon leben können. Sogar noch eine Ausdehnung der Midi-Jobs, was nichts anderes bedeutet wie gesicherte Altersarmut. Also da hätte man wirklich mehr erwarten können. Wie gesagt, die Anleihen würden wir gerne geben. Also wir haben sowohl Vorschläge gemacht, wie man die Leiharbeit regeln kann. Also die musst du eigentlich verbieten, zurückdrängen und du musst zumindest ab dem ersten Tag das Gleiche bezahlen, damit es aufhört, dass Leiharbeiter durchschnittlich nur die Hälfte des Lohnes bekommen. Junge Leute von einer Befristung in die andere reinzuhetzen, ist sozialpolitisch völlig unverantwortlich und sollte man dringend beenden. Also man hätte das anders machen können. Das zweite bei der Rente. Wir wissen alle, eines der größten Themen, die wir haben werden, ist die drohende Altersarmut und die Absenkung des Lebensstandards. Für viele Menschen durch die Rentenpolitik der vergangenen 20 Jahre das festzuschreiben auf 48 Prozent ist wirklich keine Leistung. Zumal man jetzt erfährt, dass das ohnehin bis 2024 beabsichtigt war. Aber die Verkäuferin wird bei 48 Prozent immer noch keine auskömmliche Rente bekommen und die Menschen mit mittlerem Einkommen eben auch nicht. Da hätte man mehr tun müssen. Man hätte zurückgehen müssen auf 53 Prozent. Man hätte Faktoren einbauen müssen, dass die Menschen, die ohnehin eine geringe Rente kriegen, mehr bekommen. All das ist nicht passiert. Wirklich ein großes und sehr großes Versäumnis. Und beim Arbeitsmarkt noch die Tariföffnungsklausel zu sagen, die Arbeitgeber dürfen jetzt rumspielen mit modernen, flexiblen Arbeitszeitmodellen, ist eine weitere Durchlöcherung der Tarifverträge. Wir leiden doch nicht unter mangelnder Flexibilisierung. Wir leiden unter dem Mangel, Leben und Arbeiten in Einklang miteinander zu bringen. Und wir leiden unter dem Problem, dass die Tarifverträge für immer weniger Menschen gelten. Damit hat im Übrigen Schulz Wahlkampf gemacht, dass er gesagt hat, die SPD verspricht, dass wieder mehr Menschen unter die Tarifverträge fallen. Das hätte aber bedeutet, Allgemeinverbindlichkeit zu erleichtern und nicht gar nichts dazu zu sagen. Der letzte Punkt ist Pflege. Oder zweitletzte. Also Pflege, also 8.000 zusätzliche Pflegekräfte zu vereinbaren für die medizinische Versorgung in den Altenpflegeheimen ist wirklich, wirklich das Hinterletzte. Also wir brauchen 100.000 mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern alleine. Man weiß, wie es in den Altenpflegeheimen zugeht. Das ist nicht mehr wie ein Drohspflaster für ein drängendes sozialpolitisches Problem. Und alle Parteien, im Übrigen auch die CDU, haben vor der Wahl versprochen, mehr für die Pflege zu tun. Was wir jetzt haben, sind entweder völlig schwammige Ankündigungen und die einzige Präzisierung verbleiben 8.000 lächerliche Stellen. Also unverantwortlich. Und bei der Steuerpolitik brauche ich ja gar nicht auszuführen. Wir haben immer gesagt, wer wirklich in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Infrastruktur investieren will, muss eine andere Steuerpolitik machen. Die SPD ist ja schon mit gar keinen Vorschlägen zu einer Vermögenssteuer reingegangen und mit doch sehr fragwürdigen Vorschlägen zum Spitzensteuersatz. Wir haben immer gesagt, der muss eigentlich später einsetzen. Nicht ab 60.000, wo wirklich der Facharbeiter und die Lehrerinnen betroffen sind, sondern ab 86.000, aber dann kräftiger, damit ich wirklich eine Umverteilung zugunsten der mittleren und unteren Einkommen machen kann. Davon ist nichts übrig geblieben. Also es bleibt dabei, wir sind hier die einzige wirklich linke soziale Opposition zu einer kommenden Großen Koalition. Ein schönen guten Tag auch von meiner Seite. Im Umgang mit Menschen in Not und in den Sondierungsergebnissen zur Zuwanderung hat sich die CSU durchgesetzt, Zementierung des Hartz-IV-Unrechts, eine faktische Abschaffung des Familiennachzugs durch eine extreme Begrenzung und eine klausulierte Obergrenze. Kurzum, die SPD hat auf voller Linie in diesen Fragen versagt. Ich möchte das in drei Beispielen ausführen. Zum ersten Thema Hartz IV. Da gibt es keinerlei Andeutung, dass die Tricksereien, das Kleinrechnen des Hartz-IV-Regelsatzes aufhört. Es gibt keinerlei Andeutung in den 28 Seiten der Sondierungsergebnisse, dass man wenigstens eine Abmilderung der grundrechtswidrigen Hartz-IV-Sanktionspraxis anschrebt. Und auch bei den Kosten der Unterkunft soll es keine Verbesserungen geben. Und dazu möchte ich Ihnen eine Zahl nehmen. Wenn man sich nämlich die Differenz anschaut zwischen den tatsächlich bewilligten Kosten der Unterkunft für die Ärmsten und den Wohnkosten, die tatsächlich anfallen, so gibt es eine große Differenz, die liegt bei 594 Millionen Euro. Und das ist eine Summe, auf der die Bedürftigsten in diesem Lande sitzen bleiben, weil sie sie nicht bewilligt kriegen, aber trotzdem bezahlen müssen. Thema Familiennachzug, das soll ja nun die Aussetzung durch eine sofortige gesetzliche Initiative verlängert werden und danach soll im Sommer geregelt werden, dass pro Monat tausend Menschen nachkommen können. Ich meine, das ist eine faktische Abschaffung. Und jeden Abgeordneten, der dafür die Hand hebt, den würde ich zu gerne verpflichten, wenigstens mit einem Geflüchteten zu reden, mit einem Familienvater, der sich Sorgen macht um seine Liebsten, um seine kleinen Kinder, seine kleinen Töchter und Söhne und in großer Unruhe lebt. Wer dafür den Arm hebt, hebt wirklich den Arm für grenzenloses Leid in Familien. Und der dritte Punkt ist die Asylverfahren. Die sollen künftig in Sammellagern stattfinden. Das heißt, Menschen sollen so lange in den Massenunterkünften bleiben, bis sie eine gesicherte Aufenthaltsperspektive haben. Was heißt das? Verfahren können sich ziehen. Und das dauert nicht nur Tage, nicht nur Wochen. Das heißt also, dass Menschen, die womöglich traumatisiert sind, eine unsichere Perspektive haben, zusammengefährscht in Massenunterkünften weiterleben müssen. Ich sage, das, was dort die Große Koalition plant, ist Sabotage von Integration. Übrigens soll auch die Identitäts- und Altersfeststellung von Minderjährigen dann dort erst in diesen Sammellagern stattfinden und nicht mehr wie heute, vor allen Dingen über die Jugendhilfe, auch das ist Sabotage von Integration. Ihr könnt jetzt noch die Liste fortsetzen. Aus Zeitgründen haben wir nur drei große Felder des Scheiterns exemplarisch herausgegriffen. Da dieses Wochenende auch im Zeichen der Bilanz von 2017 und des Ausblicks auf 2018 stand, möchte ich noch meinen Rückblick auf 2017 und unsere Bilanz hier beginnen. 2017 war ein Jahr, in dem wir große Erfolge erzielt haben. Bei den Bundestagswahlen unter den Strich eine halbe Million Wählerinnen mehr. Wir haben 8.500 Neumitglieder, wovon zwei Drittel unter 35 sind. Wir haben es geschafft, selbst im konservativen Südwesten des Landes über 5 Prozent zu kommen. Und wir haben zusammen mit vielen anderen eine Imageverschiebung in unserer Partei hinbekommen. Wer heute jung ist und die Welt verbessern will, der kommt doch zuallererst zu Linken. Wir haben gewonnen beim Dienstleistungsproletariat und auch beim akademischen Prekariat. Aber natürlich war das Jahr 2017 auch das Jahr, wo sich uns große Aufgaben gestellt haben, weil wir haben Verluste im Osten und Verluste bei den Abgehängten. Den müssen wir uns stellen. Ich glaube, es ist uns insgesamt in Parteien und Fraktionen nicht immer gelungen, die so sozusagen konstruktiv nach vorne hin aufzulösen. 2018 wird nun das Jahr sein, wo wir als Partei in Bewegung, finde ich, größer werden müssen und wo wir das zusammenführen sollen, was diese Gesellschaft permanent spaltet, also die unterschiedlichen Milieus. 2018 wird auch für uns ein Jahr wichtiger Wahlen. Und damit meine ich die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein, die zwei Landtagswahlen in Bayern und Hessen, wo wir unsere Genossinnen auf jeden Fall unterstützen werden. Aber natürlich gibt es auch viele Bürgermeister- und Landratswahlen, die anstehen. Und bei der Gelegenheit möchte ich nochmal einen Glückwunsch aussprechen für den Templiner Bürgermeister. Er ist gestern im ersten Wahlgang trotz drei Gegenkandidaten mit 61 Prozent gewählt worden. Also herzlichen Glückwunsch an Detlef Tabbert. Das ist wirklich ein tolles Ergebnis und das gibt auch Rückenwind für die weiteren Kommunalwahlen. 2018 wird auch ein Jahr der großen Jubiläen. Das geht von 200 Jahre Karl Marx bis hin zu 50 Jahre Kulturrevolution von 68. Und ja, im 50. Jahr dieser Kulturrevolution von 68 erleben wir einen aggressiven Kulturkampf von rechts. Der ist nicht nur gegen Geflüchtete gerichtet, sondern der zielt auch darauf ab, die Freiheitsrechte von allen infrage zu stellen. Und in diesem Gemengelag ist es Aufgabe der Linken, sich dem Kulturkampf von rechts entgegenzustimmen und sowohl den Kampf um soziale Sicherheit wie die Verteidigung und den Kampf um Freiheitsrechte zusammenzuführen. Ja, unsere, ich muss ja noch nicht ganz zu Ende. Unser Platz in diesem Jahr ist völlig klar. Wir sind die linke Opposition gegen eine kommende große Koalition. Wir stehen an der Seite der Erwerbslosen, der Gewerkschaften, der Sozialverbände, der Menschen, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Und wir haben eine große Chance, in diesem Prozess stärker zu werden. Es gab einen klaren Konsens bei allen Mitgliedern unserer Gremien, dass wir daran arbeiten, mit einem klaren Fahrplan die Linke stärker zu machen. Wir wollen in der Tat aus diesem 9- bis 10-Prozentrum rauskommen. Dazu haben wir große Chancen. Wir sind noch lange nicht am Ende, auch mit unserer Anziehungskraft an junge Leute, mit unserer Verankerung bei den Beschäftigten von der Reinigungskraft bis zum Ingenieur, die stärker zu uns kommen. Diese Position wollen wir ausbauen. Wir wollen unsere Kampagne in den sozialen Bereichen verstärken. Für mehr Pflegekräfte, für eine bessere Ausstattung der Pflege in den Krankenhäusern, in den alten Pflegeeinrichtungen. Und wir werden das Thema Mieten und Wohnen zu einer zentralen Auseinandersetzung schon in diesem Jahr machen, eine eigene Kampagne dazu starten, die derzeit konzipiert wird. Weil wir eben merken, dass überteuertes Wohnen und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum den Leuten praktisch das Geld aus dem Geldbeutel frisst. Und das nicht nur untere Einkommen und ärmere Schichten betrifft, sondern bis weit in die sogenannte Mitte der Gesellschaft geht, dass sie sich in den Ballungsräumen kaum noch bezahlbare Wohnungen finden lassen. Wir werden unsere Mitgliederbasis weiter ausbauen. Wir sind nicht zufrieden mit 8.500 allein. Das ist ein geniales Ergebnis. Allein die letzten zwei Jahre über 14.000 neue Mitglieder für die Linken. Ich glaube aber, dass wir da noch Luft nach oben haben und diese Position in diesem Jahr weiter ausbauen können. Wir wollen definitiv unsere Erfolge im Westen weiter ausbauen, aber im Osten den Rückgang stoppen. Also wir finden uns auf keinen Fall damit ab, dass wir im Osten Stimmen verloren haben und werden auch mit einer Zukunftswerkstatt Ost die nächsten Wochen starten und breite Vorschläge unterbreiten, wie wir dort weitermachen können. Zumal wir ja im Beispiel Siemens jetzt sehen, dass es eine weitere Deindustrialisierung geben wird. Wir werden das Thema industrieller Umbruch in den Mittelpunkt unserer Auseinandersetzungen stellen. Denn die Regionen, die Automobilstandorte haben und die jetzt noch starke Maschinenbauern und andere Standorte haben, die werden die nächsten zehn Jahre einen gewaltigen Umbruch erleben mit der Elektromotorisierung, mit der Digitalisierung. Auch dazu gibt im Übrigen der Koalitionsvertrag keinerlei Antwort. Diesen Umbruch so zu gestalten, dass nicht die Beschäftigten die Zeche bezahlen müssen und die Umwelt wird eine Aufgabe der Linken sein. Und letzter Punkt, wir werden den Grünen auf keinen Fall das Monopol auf Klimaschutz und sozial-ökologischer Umbau überlassen. Die Grünen haben sich inzwischen selber ihrer Kerne beraubt. Sie haben eigentlich das Wort sozial sowieso von der Ökologie getrennt. Das spielt für sie keine Rolle. Sie sind aber auch im ökologischen Bereich keine ernstzunehmende Partei mehr, sondern die Frage, ernsthaften Klimaschutz zu betreiben, ernsthaften sozial-ökologischen Umbau zu betreiben, das Soziale mit dem Ökologischen zu verbinden, wird ein zentrales Profil der Linken. Wir haben da schon programmatisch viel vorzuweisen. Leider ist das noch nicht überall durchgedrungen. Aber bei jungen Leuten ist die Entscheidung da längst gefallen, dass wir auch die Partei sind mit dem klarsten ökologischen Profil. Und abschließend eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was womöglich demnächst in Syrien bevorsteht. Der türkische Präsident Erdogan plant eine militärische Eskalation in Syrien. Er hat angekündigt, die kurdische Enklave Afrin anzugreifen und zwar mit dem Ziel, die kurdische Miliz YPG dort zu vernichten. Dazu muss ich drei Punkte sagen. Erstens, die kurdische YPG ist das Bollwerk gegen den IS. Und wenn Erdogan jetzt die YPG vernichten möchte, so will er diejenigen vernichten, die den islamistischen Terror besiegt haben. Das ist einfach nicht hinnehmbar. Da braucht es einen Aufschrei. Zweitens, die kurdische Enklave Afrin ist bisher von Kriegshandlungen verschont geblieben und ist deswegen eine Schutzzone für viele, viele Geflüchtete. Bei einem Angriff wird es zu zahlreichen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen kommen. Drittens, die kurdische YPG hat niemals das Territorium der Türkei angegriffen. Die Türkei, immerhin noch NATO-Mitglied, plant nun einen Angriffskrieg auf diese Enklave. Und das ist völkerrechtswidrig und im Übrigen auch ein Verstoß gegen das NATO-Statut. Vor diesem Hintergrund möchte ich Außenminister Gabriel konkret zwei Fragen stellen. Vor einigen Tagen haben Sie in Goslar zusammen Tee getrunken. Mit dem türkischen Außenminister hat er Ihnen gegenüber da seine Angriffspläne angekündigt. Und wenn ja, was haben Sie dazu gesagt? Und zweitens, die Bundesregierung möchte der Türkei militärische Schutzausrüstung liefern, angeblich, um damit den IS zu schwächen. Wie will man verhindern, dass nicht just diese militärische Unterstützung für die Türkei am Ende eingesetzt wird, um die YPG anzugreifen, also diejenigen, die in einem mutigen Kampf dem islamistischen Terror die Stirn geboten haben?